Kennen Sie das Problem auch von manuellem Abtippen von Finanzsalen aus ERP? Riesen Zeitaufwände und trotzdem schleicht sich Fehler ein? Genau das Problem hat die Tolus Group auch gehabt. Genau diesem Problem haben wir als Studentengruppe der OST uns für das Gruppenreporting der Tolus Group annehmen sollen. Dazu haben wir uns intensiv mit dem Gruppenreportingprozess der Tolus Group auseinandergesetzt und mögliche Problemstellen identifiziert. Die identifizierten Schwachstellen im Prozess haben wir dann mittels selbst implementiertem Code technische Lösungen wie direkten Datenbankschnittstellen und andere Automatisierungsmöglichkeiten komplett beheben und so die Maturität des Prozesses um einiges steigern können. Durch das haben wir den Zeitaufwand vom Gruppenreporting um über 80% senken können und wir wären deshalb sehr froh und glücklich über Ihre Stimme für das Team Tolus Group AG. Voten Sie jetzt für das Team Nummer 5 Tolus Group AG.